So, wir schauen uns an. Das Video von Survival Deutschland. Seven vs. Wild ist Schmutz. Da habe ich mich gespannt. Survival Deutschland ist, glaube ich, einer der Kanäle, der mit am ältesten schon ist in Deutschland. Schon Ewigkeiten Survival macht oder quasi Themen. Da rein, da rein, da rein, da rein. Clickbait, Titel, save. Wir schauen uns das mal an. 16 Minuten 49. Es ist einfach nur noch Schmutz. Die Auswahl der Teilnehmer von Seven vs. Wild ist eine totale Katastrophe. Das Konzept von Seven vs. Wild wurde gerade eben zerstört durch die gesamten neuen Regeln, die da integriert worden sind. Was zur Hölle hat jemand wie Starlet, Nova oder Knossi in einem solchen Format zu suchen? Und das sind nur ein paar der Kommentare, die man im Netz finden kann oder man mir sogar schon als Nachrichten geschickt hat. Aber ist das wirklich so? Ja, okay. Also Titel ist auf jeden Fall und verzeiht es mir selbst. Ich habe das ja manchmal so, dass man so ein bisschen Clickbait betreibt. Aber ich kann zum Endevertreibung sagen, ich suche die Titel in Thumbnail gar nicht aus. Ich sehe die 11 selber oft und denke so, das ist zu viel. Also ihr wisst ja, ich habe nicht einen Titel in Thumbnail gar nicht. Bei mir könnte ich wahrscheinlich gar nicht. Ja, und zu Nachrichten, wollte ich kurz darauf eingehen, habe ich auch ganz viele bekommen am Anfang. Ja, das kann nicht sein, Seven vs. Wild, wie findest du das? Aber gut, wir schauen uns erst mal an. Darüber werden wir jetzt mal sprechen. Bleibt dran. Das Konzept Seven vs. Wild war ja in seiner Ursprungsform so gedacht gewesen, zumindest wurde es so nach außen transportiert, dass es immer darum gehen wird, sieben Personen für sieben Tage mit sieben Gegenständen in der Wildnis irgendwo auf der Welt ausgesetzt zu überleben, an Challenges teilzunehmen und dort maximale Punktzahlen zu erreichen, in der Hoffnung eben dieses Event für sich zu gewinnen. Durch die neuen Regeln hat sich das Ganze aber jetzt ein bisschen verschoben, was natürlich auch ein wenig den Teilnehmern geschuldet ist und natürlich auch der Location. Kommen wir also zum Teil 1, die Location-Auswahl. In der ersten Staffel war es ja so gewesen, dass die Teilnehmer sich in Schweden befunden haben, es dort relativ nass, kalt gewesen ist und sie in ihren Ressourcen, was Nahrung angeht, relativ limitiert waren. Sie hatten im Grunde nur Bären zur Verfügung und bei gutem Glück auch eben Fische. In der Karibik oder wo auch immer das stattfinden wird, auf einer tropischen Insel eben, sieht die Welt natürlich ganz anders aus. Dort ist die Nahrungsvielfalt um ein sehr vielfaches größer. Ja, okay, geht natürlich um ein, warum jetzt die Regeln halt anders wissen. Aber ich denke auch, das haben wir es so weit, letztes Jahr war halt einfach ein Versuch oder ein Versuch, eine Idee, die umgesetzt wurde und ich glaube, keinem war so bewusst, dass das Ding so durch die Decke geht. Und ich finde die Regeln tatsächlich auch echt okay. Also klar würde ich gerne reingehen mit sieben Gegenständen, aber so viel bräuchte man tatsächlich gar nicht. Also unfassbar sicher würde ich mich fühlen mit 3, Schrägstich 4, Feuerstahl, Messer, Mückennetz oder Wasserfilter. Und dann wäre schon eigentlich alles super. Alles, was anders da drüber ist, ist ja schon fast Luxus. Aber schauen wir es mal weiter an. Und es wird aller Voraussicht nach auch etwas wärmer werden, als es in Schweden gewesen ist. Check. Aber ist es denn letztendlich dann tatsächlich so, dass es dann wärmer sein muss? Und das ist so ein Punkt, den ich stark anzweifle. Und da würde ich gerne mal ein bisschen ins Detail hineingehen. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon einmal 1, 2, 3 Tage in den gleichen Klamotten verbracht haben, die durchfeuchtet gewesen sind von der Gischt vom Meer und sich ein Salzfilm auf euch abgelegt hat. Nach einer ganzen Weile fangen nämlich diese Klamotten an, nicht mehr trocken zu werden, bis du sie mit Süßwasser wieder ausgewaschen hast. Dieses Salz hält die Feuchtigkeit in den Klamotten drinnen und hat die dumme Angewohnheit nach einer geraumen Zeit, das braucht gar nicht mal so viel Zeit, zwei Tage, drei Tage aller spätestens, fangen die Klamotten an, hart zu werden. Genau, weil alles voll Salz natürlich drin ist. Jetzt kann man natürlich sagen, wir erkennen das nur mehr aus. Ja, ein bisschen Salz für die Haut ist gar nicht so schlecht. Aber man muss eins sagen, Feuchtigkeit ist einfach ganz, 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 ganz schlecht für das Survival-Leben. Die werden richtig knusprig und werden sehr, sehr unangenehm über die Dauer der Zeit am Körper zu tragen. Google da mal, Dschungelkampf und Füße im Dschungel, da gibt es richtige Mock-Füße, so richtig aufgeschwemmt, da gibt es richtig Nässebrand, alle, die im Bund waren, kennen das vielleicht schon, wenn man ganz, ganz lange die Stiefel anhat und nicht die Füße trocken legt. Deswegen ist das Schuhwerk mega wichtig, was für Schuhe, die ganz, ganz schnell trocken werden, die keine Feuchtigkeit anhalten, keine dicken, festen Wanderstiefel. Damit fängt es schon an. Und ich bin mal gespannt, ob die Leute auch oft genug ihre Füße trocknen und irgendwie vielleicht auch die Klamotten sauer bekommen. Aber Feuchtigkeit im Dschungel, Kinder, Bilder. Google das mal. Und dadurch, dass du immer dieses klammige Gefühl auf den Klamotten hast, hast du natürlich dann spätestens nachts immer das Problem, dass du einfach auskühlen wirst. Ich denke also, dass das Problem der Kälte für einige Teilnehmer noch wirklich interessant werden wird. Genau, und zwar Kälte nachts. Und deswegen mitgespannt mit, was für Klamotten die alle reingehen. Hinzu kommt auch, dass du auf einer karibischen Insel oder auf einer tropischen Insel, anders als in Schweden, der Gefahr ausgesetzt bist, eines wirklich starken Sonnenbrandes. Leute wie Knossi als Beispiel, und das wäre auch mein größter Endgegner in diesem Szenario, wäre tatsächlich die Sonne und die Gefahr, zusätzlich zum Sonnenbrand, noch zu einem Hitzschlag. Falls du jetzt einen leichten Hitzschlag haben solltest, der muss noch nicht mal wirklich stark ausgeprägt sein, aber du hast einen Sonnenbrand und klamme Klamotten und du bist ja dort auch nur in der Regenzeit, also eine hohe Luftfeuchtigkeit ist durchaus möglich, wirst du nachts tatsächlich echte Probleme bekommen können. Ob du die Gefahr hast, dann wirklich Erfrierungserscheinungen zu bekommen, das stelle ich jetzt einfach mal dahin. Aber deine Nächte werden auf jeden Fall maximal unangenehm werden. Genau, man spricht hier von Hyperthermie, also Unterkühlung des Körpers. Und das geht auch in solchen heißen Regionen. Und vor allem, wenn ich einfach feuchte Sachen habe, dann vielleicht noch Wind geht und es einfach ein paar Grad nach unten geht. Und das kann tatsächlich auch trotz in solchen Regionen zu Unterkühlung fühlen, Müdigkeit, Nahrung, richtig Temperaturempfinden. Wenn ich nichts zu essen habe, mein Körper fährt eh runter, die ganze Verdauung, dann ist das ein Thema. Und deswegen nehme ich eine ganz, ganz große Jacke mit. Hyperthermie. Ja, ist auch wieder ein großer Unterschied zu den Gebieten, in denen man sich befindet. Die Gefahr des Sonnenbrandes, der Dehydration und des Hitschlages sind auf einer tropischen Insel natürlich exorbitant größer, als es in Schweden gewesen ist. Und die Gefahr ist wirklich mehr als nur potenziell. Persönlich stelle ich für dieses Event, und diese Location auf einer tropischen Insel deutlich einfacher ein, als es in Schweden gewesen ist, in bestimmter Hinsicht. Die potenzielle Gefahr Deines Umfeldes ist auf einer tropischen Insel zwar deutlich größer, aber Du wirst auch dort deutlich mehr Ressourcen zur Verfügung haben, um Dein Leben um ein Vielfaches zu vereinfachen. Ja, stimmt schon. Also ich kann den Ansatz irgendwie verstehen, aber was ist wichtig zum Überleben? Essen ist überhaupt nicht wichtig. Und wenn ich da Ressourcen von Essen habe, ist das schön. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass ich Wasser habe, denn damit komme ich nur drei Tage, wenn ich nichts zu trinke habe. Maximale ohne Wasser. Und das war in Schweden nicht so. In Schweden war Wasser oben mass vorhanden. Ja, wir fahren da Regenzeit hin, aber es kann nur Regenzeit mal drei Tage nicht regeln. Und das würde einfach jeden rauskriegeln. Jeden, wenn er nicht anders irgendwie Frischwasser bekommt. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob das so viel einfacher ist auf einer Insel. Es ist anders schwer, man muss irgendwie mit den Gegebenheiten klarkommen. Es gibt nur Wasser im Kopf. In meinen letzten beiden Videos habe ich ja versucht, den Teilnehmern noch mal eine kleine Gedankenstütze mit auf den Weg zu geben. Nicht, weil ich sage, ich bin der Checker vom Neckar oder sowas. Nicht, weil ich denke, ich bin der Coolste auf der Welt. Ganz und gar nicht. Sondern einfach, zumindest war das mein Gedanke, den Teilnehmern noch mal einen kreativen Gedankengang mit auf den Weg zu geben. In der Hoffnung, dass wenn sie dann vor Ort sind, vielleicht selbst noch andere Chancen entdecken, die sie zu ihren Gunsten nutzen können. Und somit denke ich, dass Seven vs. Wild eine große Chance ist, für uns als Zuschauer und auch für die Teilnehmer komplett neue Dinge zu sehen, die wir vorher so noch gar nicht gesehen oder sogar auf dem Schirm hatten, wo wir nur noch mal drüber nachgedacht haben. Das sind ja sieben verschiedene Personen mit völligen unterschiedlichen Gedankengängen und Herangehensweisen. Und das ist das, was es dann, glaube ich, am Ende spannend machen wird, zu sehen, wie werden die sich schlagen, wie weit werden sie kommen und wie erfolgreich werden sie sein, indem man sie es tun. Kommen wir zu dem Teil mit den neuen Regeln. Es ist ja jetzt so, dass nicht mehr alle sieben Gegenstände haben, sondern das wurde... Ich gehe da mal kurz auf den Chat ein. Salzwasser muss man destillieren, um es trinkbar zu machen. Richtig. Salzwasser sollte man so nicht trinken. Es gibt Filter, die Salz rausfiltern. Die sind allerdings nicht zugelassen und deutlich aufwendiger. Aber es gibt Filter, die tatsächlich Salzwasser zu trinkbarem Süßwasser machen. Aber es ist ein ganz anderer Filter, wie das kleine Ding zum Eindrücken. Sonst kriegst du Salz nicht raus. Man kann ganz, ganz, ganz viele Videos findet ihr auch dazu. Aus Salzwasser, Süßwasser machen, kochen, Verdunstung, den Wasserdampf auffangen. Man kann... Wie kann man Salz... Also Salzwasser... Was habe ich schon mal ausprobiert davon? Durch Verdunstung habe ich schon mal gemacht, mit so einer Plane. Da kommt aber nicht so viel zusammen, wie man vielleicht denkt. Also du verkochst da unten irgendwie zwei Liter Wasser, aber es kommen bei nur 100 Milliliter an. Tatsächlich. Man könnte mit einer Konstruktion aus mehreren Plastikflaschen und kochendem Wasser, das irgendwie durch so ein Rohsystem leiten wie bei so einer Destille. Da würde wahrscheinlich deutlich mehr zusammenkommen. So was habe ich da natürlich gar nicht. Aber Salzwasser, Süßwasser, da gibt es tatsächlich mehrere Sachen. Aber nicht so einfach und man braucht echt eine Menge von mehr entfernten Lochgraben. Angeblich soll das salzfrei sein. Jein, glaube ich. Wir sind aufgeteilt durch ein Ranking, dass man sagt, von 1 bis 7 runter. Der eine hat 7, der andere hat nur einen Gegenstand und alles, was da dazwischen ist. Und die sollen jetzt auf der gleichen Insel, unter den gleichen Bedingungen, klimatischen Bedingungen, im Grunde ihre Zeit absitzen, von 7 Tagen und sollen da mit überleben. In der ersten Staffel war das ja so gewesen, dass sie zuerst mit 7 Gegenständen raus sind und konnten sich dann, glaube ich, nach 3 Tagen war das, dann dazu entscheiden, Gegenstände abzugeben, von denen sie glauben, die sie nicht mehr brauchen. Konnten dadurch Punkte generieren Das fand ich tatsächlich in der ersten Staffel auch wirklich gut, ehrlich gesagt, dass man sich selber sagen konnte, okay, was geben wir hier ab? Und ich meine, nicht jeder hat das so genutzt. Man geht natürlich mit einem anderen Gefühl, aber wenn man weiß, hey, ich habe diese 7 Gegenstände und kann hier einfach abgeben. Ich hätte eh welche abgegeben. Einer ist schon echt hart, das muss man echt sagen, ja. Und sich, glaube ich, teilweise auch einen kleinen Vorsprung dann rausarbeiten oder gleichziehen mit anderen und haben dann den Rest der Zeit mit dem Überbleibsel sozusagen ihre Aufgaben durchgeführt und haben überlebt. So, jetzt hat man sich dazu entschieden, von vorne herein schon zu sagen, ein Fritz und ein Otto, die haben jetzt jeweils nur einen Gegenstand dabei. Jemand wie Knossi hat sieben Gegenstände dabei. Wo soll da noch die Fairness liegen? So wie ich es verstanden habe, liegt die Argumentation jetzt darin, dass man sagt, wenn ein Fritz Meinecke mit sieben Gegenständen rausgehen würde, wäre das für ihn ja ein Campingurlaub, während für Knossi vielleicht zehn Gegenstände noch angenehmer, noch besser wären. Sehe ich tatsächlich auch so. Mal ehrlich, wenn Fritz und ich mit sieben rausgehen würden, wäre das schon Luxus pur. Also für mich würde es sich tatsächlich echt wie Luxus pur anfühlen. Das kann ja gut sein, so. Und der Chef schreibt, ja, ich habe ja nur einen, weil bei mir der Gürtel entschieden hat. Ja, ich wollte mich halt nicht für Fritz setzen und habe den Gürtel entscheiden lassen. Deine Würfel. Aber glaub mir, hätte ich sie eine andere Zahl gewürfelt mit zwei Gegenständen, hätte ich in einen abgegeben. Ich lasse mir da von Fritz hier nicht die Butter vermogen nehmen. Wurde schon gleich sein. Was soll diese ganze Geschichte? Warum haben die sich dazu entschieden? So wie ich es verstanden habe, jede Sieben darum, durch den Mangel an Ausrüstung eben eine Vergleichbarkeit wiederherzustellen. Das heißt, für den Fritz Meinecke und für den Otto wird es natürlich um ein Vielfaches schwerer an gleiche, ähnliche oder noch bessere Ergebnisse zu kommen, als jemand wie Knossi. Check. Hm, das wirft jetzt allerdings ein paar Fragen auf. Wenn ich also schon weiß, dass ich auf dieser Insel nur einen Gegenstand benötige, wie groß ist dann die Challenge tatsächlich auf dieser tropischen Insel sieben Tage zu überleben, wenn ich von vornherein schon weiß, ich brauche nur einen. Und die zweite Frage ist, wie ist man dann auf diese Teilnehmer gekommen, wenn man sagt, man muss die Regeln ändern, um eine Gleichbarkeit herzustellen? Okay, gehen wir glaube ich erst mal auf die erste Frage ein, oder? naja, was haben wir denn in der ersten Staffel für Challenges gehabt, wo die Gegenstände völlig irrelevant waren? Challenge, Steine bauen, Steinturm bauen, völlig irrelevant. Floßbau, ja gut, wer da natürlich was mitnimmt wie Paracord, kann das gebrauchen, aber sonst haben wir auch bei Chris zum Beispiel gesehen, wie mega der, was für sein Floß war. Das war ein Hammerfloß und er hat da nichts mehr an Paracord gehabt. So, was hat man noch gesagt, Insekten essen, brauchst du auch keinen Gegenstand zu. Fackel, aus Natursachen, richtig, brauche ich auch keinen Gegenstand. Ja, schnell schwimmen an Land, also brauche ich auch kein Gegenstand, sind wir noch bei 5. Stein haben wir schon, wir haben Stein, wir haben Insekten, wir haben Floß bauen, wir haben schneller an Land schwimmen, da war doch nicht mehr viel. Ah, Feuerbohren, genau, Feuerbohren wäre Gegenstand natürlich schon von Vorteil, zumindest mal ein Messer zu haben oder Schnur. Im letzten Jahr hätte man keinen einzigen Gegenstand gebraucht, also ist die Frage ja irgendwie, jo, man braucht keine Gegenstände. Wo das ist, bin ich dafür? Gegenstände abgeben, da braucht man sie, ja, das stimmt, so Gegenstände abgeben, also wenn Fritz und ich, wenn es die Challenge gibt, Gebt Gegenstände ab, um Punkte zu bekommen, dann wird es bei uns eng. Und da wäre ich mal gespannt, ob Fritz dann einen Gegenstand abgeben würde. Und wisst ihr was, ich finde das so krass, wir wissen ja nicht, ich glaube, es wird ja so ein kleines, so oder so ein kleines Battle zwischen Fritz und mir geben, weil ich weiß, er liebt das und ich lieb das auch, dass wir dann beide da sitzen und überlegen, hm, gibt der andere das jetzt ab? Wegen Einpunkteunterschied, ich glaube, wir würden beide abgeben. Warum würde man also einen Otto und einen Knossi in einem Pool werfen, um sie zu vergleichen? Im Grunde wäre das ja so, als wenn ich gegen Ronaldo Fußball spielen müsste, ich stehe im Tor und Ronaldo muss einfach nur seine Schuhe ausziehen, um eine Gleichbarkeit herzubekommen. Ich glaube, dass er den Ball trotzdem ins Tor hämmert und falls ich den Ball haben sollte oder abwehren könnte, würden wir hier nicht von einer Abwehr sprechen, sondern ich würde mit dem Ball im Tor liegen und er hätte trotzdem gewonnen. Auf der anderen Seite könnte man jetzt aber auch argumentieren und sagen, vielleicht überschätzen sich da ja zwei so ein bisschen. Wenn wir uns daran erinnern, Staffel 1 hat keiner mit einer Fischreuse oder ähnlichen irgendein Tier. Naja, was heißt überschätzen? Wir haben diese Tiere jetzt als Teilnehmer gemacht, wir wussten nicht, was da kam. Null. Geht einfach nur, teilt euch ein. Ich wusste nicht, was das zur Folge hat. Dass es irgendwelche Folgen hat, war mir schon völlig klar. Aber hättet ihr euch an meiner Stelle auf ja, ich bin der Schlechteste gesetzt? Nein. Oder? Ja, Fritz wusste es auf jeden Fall. Das ist schon klar. Und er nimmt es aber auch als Challenge und das hat aber glaube ich nichts mit überschätzen zu tun, sondern auch Fritz sucht einfach die Herausforderung. Deswegen, ich bin das völlig fein mit. Aber damit sage ich nicht, ich bin hier Gott weiß wo oder Gott weiß wer. aus dem Wasser geholt. Und es hat keiner geschafft, Feuer zu bohren beziehungsweise auf einer anderen Naturtechnik Feuer zu erzeugen. Alle waren letztendlich davon abhängig, dass sie eben die entsprechende Ausrüstung dabei gehabt haben, um sich eben Feuer machen zu können. Das sieht jetzt natürlich ein bisschen anders aus, weil man von vornherein nur einen Gegenstand hat. Man könnte jetzt wiederum argumentieren, es ist ja eine tropische Insel, es ist warm, ich benötige kein Feuer. Oh doch, du brauchst eine Menge Feuer. Du musst ein Wasser. Okay, und ich sage, oh nein, ich brauche kein Feuer. Man bräuchte kein Feuer. Das ist bei vielen Hardcore-Survival-Legen so, wo es einfach kein Feuer nötig ist. So, einer hat geschrieben, hast du eine Story von Fritz und Feuer bohren, also den habe ich tatsächlich. Dann haben wir es auch noch geschrieben. Und er so, hey, schau mal an meine Story. Ich so, scheiße, okay, muss ich nochmal ran. Feuer bohren, habe ich hingekriegt und vor ein paar Wochen noch probiert. Es funktioniert auf jeden Fall, aber ja, ist nicht meine Parallel-Disziplin. Und zur Not gibt es halt einfach kein Feuer. Hast du abkochen? Du musst deine gefangene Nahrung musst du abkochen? Muss ich so in Ordnung? Und du brauchst, wie vorhin schon erwähnt, nachts vermutlich, vielleicht nicht immer, aber oft, auch ein Feuer, um dich warm halten zu können. Also ganz so einfach wird es... Okay, um es irgendwie vielleicht ein bisschen runterzudampfen, Feuer ist schon super, super praktisch, aber richtig Hard-Survival. Es gibt viele Dinge, wo man einfach kein Feuer machen kann. Also, jo, ich will mir nicht jetzt immer für mich mehr Lehrgänge erzählen, wo wir einfach mal null Feuer machen durften, mitten im Winter, Klaschenass, keine Schlafsäcke, gar nichts. Man kommt da durch. Aber ich schaue mir Feuerbohren nochmal an. Und ich verstehe ihn. Und ausreichend Brennmaterial heranzubringen mit nur, sagen wir mal, einem Messer auf einer Insel muss sich jetzt auch nicht unbedingt ganz so einfach darstellen. Also, es wird auf jeden Fall spannend, so oder so. Denn jetzt müssen die zwei Herren mal richtig zeigen, was die kreativ können und was sie handwerklich können und was sie allgemein überhaupt erspunnen. Oder stumpfes Trumpf. Oder schießt mich gerade ein bisschen an das Video. Ich habe es mir ja ausgesucht, aber ja. Oder es ist ja... Also, ich denke, das wird richtig, richtig spannend. Und jemand wie Knossi, der sieben Gegenstände dabei hat, aber in seinem ganzen Leben mit dieser Gesamtthematik noch absolut nichts zu tun hatte, ich glaube, für den ist und bleibt einfach richtig hartes Ding. Also, ich glaube, für den wird das richtig eine üble Geschichte. Das glaube ich auch. Gut. Ich glaube auch, dass tatsächlich sein größtes Problem die Isolation sendet. Kein Handy zu haben und sowas. Und der Sonnenbrand. Naja, und vielleicht noch ein bisschen Hitzschlag. Naja. Und er ist gewöhnt, regelmäßig gut zu essen. Es bleibt auf jeden Fall spannend auf seine eigenen Art und Weise. Ich habe für mich im Privaten ja auch mal so ein kleines Ranking gemacht, wo ich einfach mal schauen wollte, wie ich die Leute einstufen würde oder wie ich denke, dass das Ganze ausgehen könnte und habe das dann so verglichen mit anderen und habe dann festgestellt, dass bei mir einfach ein anderes rausgekommen ist. Die ich nicht zuhause kann. So, also. Ich freue mich wirklich auf diese Staffel und bin wirklich gespannt, was da alles auf uns zukommen wird und vor allem auch auf die Teilnehmer. Die Vergleichbarkeit der Staffeln, so wie sie gerade da sind, sehe ich also nicht. Ich denke, dass diese Schweden-Geschichte eine komplett andere Nummer gewesen ist, eben weil sie aus Outdoor-Enthusiasten bestanden hat, während sie jetzt zum größten Teil aus Leuten besteht, die maximal ein bisschen was mit Natur zu tun hatten oder eben gar nicht. Das bedeutet, dass die Herangehensweisen so grundlegend unterschiedlich sein werden. Prioritäten mögen am Anfang noch gleichwertig sein, aber werden sich glaube ich in der Laufe der Zeit dann relativ schnell verschieben, weil dann natürlich auch die Frage der Kompetenzen dann irgendwann auftritt. Bekomme ich das überhaupt so hin? Ist es so, wie ich mir das vorgestellt habe? Leute werden sich überwältigt fühlen von der Natur, von der Isolation, von den ganzen Aufgaben, alles, was da auf sie zukommen wird, was ja auf sie einprasseln wird. Medien erfahren waren sie aus beiden Staffeln, aber ich glaube trotz alledem, dass aufgrund der verschiedensten, verschiedenen Konstellationen dieses Konzept so nicht wirklich zu vergleichen ist. Macht es aber aus meiner Perspektive wieder spannend, weil das ist ja gerade das, was uns ja auch immer so ein bisschen antreibt, dieses Sehen-Wollen, wie es denn andere machen, wie würde der das machen? Und dadurch ist diese Staffel glaube ich wieder interessanter, denn jetzt haben wir zwei, die sich outdoor-mäßig sehr gut draußen auskennen, dann haben wir was in der Mitte und jemand komplett unbedarften. Und dazwischen diese Varianten, die da entstehen werden, ich glaube also wirklich schon, dass unser Voyeurismus da etwas zu sehen bekommt. Ich glaube darum geht es ja auch mit, man ist doch super, also ich finde es wirklich so, ernsthaft, also, dass wir eine tolle Mischung haben von Teilnehmern mit ganz vielen, weiß ich, Know-how zum Beispiel mit so einer Wildcard mit Joris, bitte wie geil ist das denn, so ein Joris, der einfach hier, der so viel Erfahrung mitbringt von draußen, von Pflanzen, der auch wahrscheinlich uns eine Menge zeigen, erklären wird, also wir haben ganz viele Dinge auch, die wir hinter Kulissen natürlich anfragen, wo wir sagen, also er hat zum Beispiel, darf ich das sagen, darf ich das sagen, weiß ich nicht, Joris hat gefragt nach einem Gegenstand, mit dem er Tiere besser für uns einfangen kann, ich habe gefragt nach einem Gegenstand, mit dem ich nachts etwas besser machen kann, der Stuhl ist jetzt schon legendär, ja wollt ihr mal sehen, wie der Stuhl aussieht, das ist von meinem Urgroßvater, der ganze Scheiß ist von meinem Großvater, ich habe den unbequemsten Streaming-Stuhl ever, Freunde, alle mit so High-Speed-Gucci-Shit-Dingern, den Stuhl hat keiner, und erst recht nicht von seinem Urgroßvater, das ist das Abendlige. Spannend wird es nachher auch sein zu sehen, wie die Teilnehmer sich bei diesen Aufgaben, bei den Challenges dann stellen werden, jemand der natürlich nur ein Messer dabei hat, hat es natürlich deutlich schwerer als jemand, der jetzt eine Säge und eine Axt dabei hat als Beispiel. Wir erinnern uns, in der letzten Staffel, da mussten die ja ein Floß bauen, und wenn du da richtig eine Axt, eine Säge und ein Messer als Gegenstand dabei hattest, und Schnur, dann warst du natürlich schon ganz weit vorne in deinen Möglichkeiten, versus jemand, der dann wirklich nur mit Wurzeln versucht hat, sich ein Floß zusammenzubinden. Also das wird auf jeden Fall auch nochmal interessant werden, und ich denke, dass da wir als Zuschauer doch nochmal ganz gut unterhalten werden können. Wir werden auf jeden Fall gut unterhalten werden, gar keine Frage, aber ich weiß nicht, seht ihr das, dass man unbedingt gewinnen muss, jetzt von den Challenges her, weil persönlich fand ich tatsächlich, das gar nicht so, also mich triggert das gar nicht, ich muss unbedingt von den Punkten her gewinnen, weil die Dinger haben nicht viel mit Survival und Outdoor zu tun, sondern eher mit Geschicklichkeit und so was. Schreibt ihr auch? Nö, nein, überhaupt nicht. Das ist spannend, weil man sieht, wie der ein oder andere was macht, aber ich meine, ein Steinturm hat jetzt nicht so viel mit Survival zu tun. Floßbauen war schon cool, die Fackel auch, obwohl da gab es ja doch das ein oder andere Diskussion, die eine oder andere Diskussion, Tiere essen. Also ich werde die Challenges alle machen, gar keine Frage, Vollgas geben, aber das triggert mich nicht so, dass ich sage, boah, das muss ich hier unbedingt die Dinger da gewinnen. Davon wird ja nachher ein Sieg abhängen, wer die meisten Punkte hat. Aber ich bin mal gespannt, was für Challenges sich überlegt werden. Ich weiß, das ist ja nicht schlimm, Max folgt zu, dass sie heute, wie die Jungs schon, wilde Sachen ausprobiert haben an Challenges, die wir bekommen. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich freue mich auf jeden Fall schon richtig drauf. Ja, wird Bock machen und ich freue mich auf jeden Brief, den ich am Dach bekomme. So, dann schauen wir jetzt mal weiter. Um also auf die Eingangsfrage zurückzukommen, finde ich, dass Seven vs. Wild Schmutz ist, wie es jetzt nun auch oft schon im Internet hinausgetragen wird. Jetzt bin ich gespannt. Nein, das sehe ich ganz und gar nicht so, sondern ich muss sagen, dass ich mich wirklich sehr darauf freue und wirklich gespannt bin, wie sich die Teilnehmer, unterschiedlich wie sie auch sind, letztendlich dann schlagen werden. Mit was für Ideen, die da umkommen werden, auf was für Probleme sie stoßen werden und vor allem, was für Lösungen sie finden werden. Denn das ist das, was mich am allermeisten interessiert. Und was für Lösungen bieten sie uns an? Haben wir dann alle wieder diese Momente, wo wir dann sagen, Mann, mach es doch einfach so. Hättest du mal so gemacht. Und ich wette, jetzt mal ernsthaft, ich glaube, wenn ich mir das irgendwann anschaue oder werde dann rauskommen, werde ich manchmal denken, komm, wir kommen wahrscheinlich dann irgendwie raus und ich denke mir so, Otto. Und dann erzählt mir irgendwer was, vielleicht sogar Knossi, und sagt, Otto, ja, da ist die in die Situation, ich habe das so und so gemacht und ich denke mir, bin ich nicht auf die Idee gekommen. Das wird garantiert so kommen, dass ich Dinge mache, wo ich nachher, im Nachhinein denke, das hättest du völlig anders lesen können. ...macht oder so gemacht, wir kennst du alle, wir sitzen zu Hause, ja, es ist wie Fußball läuft, wir sind die besten Trainer von der Couch aus, ja, das ist doch das, was wir eigentlich wollen. Wir sitzen da und werden bespaßt von dem Leid derer, die daran teilnehmen, und ich denke, der eine oder andere wird noch ein bisschen mehr leiden, als er sich das vielleicht jetzt ausmalen wird, während andere, die jetzt schon halb in Panik verfallen sind, vielleicht es wesentlich einfacher haben werden, als sie sich das jetzt noch vorstellen können. Also, ich bin wirklich gespannt und finde das Thema an sich, auch mit den Regeländerungen, ganz interessant, denn die Fallhöhe für den einen oder anderen ist jetzt natürlich ein bisschen gestiegen. Also, der Druck ist real, der Druck ist echt und die müssen zeigen, was sie können, alle miteinander und ich bin, ja, immer noch ein großer Fan und freue mich auf Staffel 2. Und deswegen, Leute, geht doch nicht immer gleich so hart ins Gericht und verurteilt alles Mögliche, nur weil sich mal ein paar Dinge ändern. So ist eben der Lauf der Dinge, das Rad dreht sich weiter. Der ist doch jetzt eigentlich ganz entspannt, oder? Also, ich dachte auch so, alles klar, der haut jetzt immer raus, warum das irgendwie Schmutz und Mist ist. Ich habe es tatsächlich vorhin nicht gesehen, hätte ich gesagt. Clickbait, weil es nicht gehört, so was das ist. Ich habe das in meinen Videos auch, aber ich habe das nie ausgesucht. Das kann ich mir mal schön zurücklegen. Lehnen. Aber ich kann schon verstehen, das ist irgendwie auch echt blöd, muss ich sagen. Also, ganz oft habe ich bei mir Titel, wo ich denke so, ein Thumbnail, was bei mir die Videojungs machen. Aber so blöd das ist, um so einen Kanal zum Wachstum bringen, muss man manchmal tatsächlich so ein bisschen Clickbait machen. Eigentlich schade, aber sonst würde man auch irgendwie nicht gefunden werden. ihr denkt, ihr kennt vielleicht das Video, bei mir bei Samus Wild als Reaction mit der Gießkanne. Das ist ja irgendwie auch ein Clickbait, um sich mit der Gießkanne hinzustellen. Oder war Clickbait, natürlich voll und ganz. Bei mir persönlich finde ich immer eigentlich nur ganz gut, dass dann der Inhalt so ist, dass man sagt, okay, alles klar, entspannt. Aber ich gebe euch voll recht, wenn ihr schreibt, Clickbait nervt voll. Ich kann es voll verstehen. Ich werde probieren, das immer, immer, immer weniger zu machen. Denn dank euch, wechselst du ja langsam oder nicht langsam, sondern sehr, sehr schnell. Ja, ich weiß, Clickbait nervt. Finde ich auch nicht cool. Wenn ihr jetzt einen kleinen Abo-Knopf drückt, werdet ihr auch kein weiteres Video von mir verpassen, denn die Show hier... So, kleine Zusammenfassung von ihm hier. Survival Deutschland, er findet zuerst mal nicht Schmutz und ich gebe ihm recht, Fallhöhe ist hoch für den einen oder anderen, für mich zum Beispiel oder für den Fritz. Von unserem Waldmann sehr, sehr viel. Wir haben aber nur einen Gegenstand. Andere machen sich vielleicht viel zu sehr im Kopf und kommen locker durch. Mal schauen, wer mir eine Recht behalten wird. Bei ein paar Dingen gebe ich ihm persönlich nicht ganz recht, was so das Feuer angeht. Ich weiß, man kommt auf jeden Fall auch ohne Feuer durch. Stumpfes Trumpf am Ende. Da, war auf jeden Fall ein cooles Video. Das ist ein cooles Video, auf jeden Fall Meinungsäußerung und kann nicht voll und ganz verstehen. Survival Deutschland.